Spruch des Tages vom 21. März 2018 Wenn gar nichts mehr läuft, rufe ich Matthias Schweighöfer an. Dann soll er sich fürs Cover ausziehen. Joko Winterscheidt, 39, der Nanny, bringt am 22. März sein eigenes Lifestyle-Magazin Jade WD heraus. Ein Magazin voller Absurditäten für jeden, der Bock auf gute Geschichten hat, so der Entertainer. Im Interview mit dem Magazin Gala, verriet er nun seinen Masterplan für den Fall, dass es mit dem Verkauf des Heftes irgendwann nicht mehr so läuft. Dann könne er sich durchaus vorstellen, auch mal Freunde wie seinen Kollegen Klaas Häufer, Umlauf, 34, oder Schauspieler Matthias Schweighöfer, 37, der geilste Tag in die Redaktion einzuladen, um für das Cover zu posieren. Spot on News So 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 Untertitelung des ZDF, 2020